Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Unterrad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 24 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 385 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.